Weißt du, wie dieses Bild heißt und wer es gemalt hat? Das Gemälde heißt Tod und Leben und ist der Name eines Ölgemäldes von Gustav Klimt, an dem er 1910, 1911 und 1915, 1916 malte. Im Mittelpunkt des 180,8 Multiplikationszeichen 200,6 cm großen Bildes steht der weibliche Körper. Klimt begann mit Vorstudien zum Gemälde 1908. Es wird zu seiner goldenen Phase gezählt. 1911 erhielt er bei der Internationalen Kunstausstellung in Rom für das im österreichischen Pavillon ausgestellte Bild, das damals den Titel Die Furcht vor dem Tode trug, den mit neun weiteren Künstlern geteilten. Preis 1912 stellte er das Gemälde bei einer Kunstausstellung in Dresden aus, damals trug es bereits den heutigen Titel.